Willkommen zurück zum neuen Part Auralaurant und hier wird gleich scharf geschossen Ich versuche das mal tatsächlich, dass ich mal ein bisschen einstecke Ich habe nämlich nicht mehr viele Aua Wir haben das Ding zumindest schon mal hier Soll ich noch einen Balken ab, gehe ich weg Machen die Schaden die Jungs? Nicht wirklich, was? Okay Uua Mist, Mist, Mist Ich glaube ich wäre schon Wenn der Ich bin sowieso Als ob es seine Schaden mit in die Hölle zieht Das sieht auch los hier aus Gut, ja Farben würde ich sagen Euch zum Gruße Oh Wacke Mal eine kleine Farmstay schicken Einfach bei den Schafen vorne Ein bisschen ausdünnen Boote sollte ich aber haben Wie mit wäre ich denn benötigt die Wesentlichkeit aber Na ja, haben oder nicht Dauert ja immer bis 10 Minuten, dann hat man wieder so 20 zusätzlich zusammen Das ist die ganze Angelegenheit Die Schaden 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 So, das reicht schon. Dann gehen wir zu der Schnecke zurück. Dass ich da auch unbedingt reinkommen musste, wo ich gerade überhaupt keine Schergen hatte, war natürlich semi-gut. Das war gerade so eine Scheiße. So. Dann eben. Lass. Äh, der Kanyonbergwerk, jawohl. Wie komme ich da rüber? Ich weiß das Glück gar nicht. Äh, okay. Es geht auch so. Holt euch doch das Zeug, Jungs. Ich habe nämlich gar keine Waffen. Nicht so toll. Ach. Alter. Das ging jetzt ein bisschen arg schnell. Da bin ich für. N-n. Überhaupt nicht. Das war jetzt gerade irgendwie... ...bisschen, bisschen, ach, schnell. Ich hab gedacht, okay, mach's halt die beiden Flammenwerferzwerge nochmal platt. Das ist kein Thema. Ich hol's dir schnell. Das Rüstungsding. Halt da. Was gibt's doch nicht mit denen? Schon wieder gerüstet. Sind das hart, oder? Ich hab mir jetzt mal ohne Witz. Boah, nicht schön. N-n. Anderer Plan. Nur welcher. Ich hab mir die mal schärgen. Verdammt. Fehlpart. Richtig schöner Fehlpart. Ah, nee. Irgendwie fehlt mir da was. Gut. Wir nehmen halt erstmal die Jus mit. Die dürften ja gegen die Flammen ein bisschen, bisschen im Wuner sein. Also ich versuch's jetzt mal mit denen noch. Ich zieh den Part jetzt mit denen, die ich hab, durch. Ja, zumindest. Noch mehr Flammenwerfer, Herr Herr. Toll, so muss ich jetzt nicht trafen, damit sie die Schlecken beseitigen. Ja, zumindest. Sie machen Schaden bei denen. Und unsere Jungs nehmen keinen. So ist es, wie ich das hier registriere. Das zieht sich halt der Wegen. Ja, tut ihm nicht mehr. Ich spiel mal ein bisschen mit. Ist das denn mir um die Ohren pflicht? Ja, so nett war das ja nicht gemeint. Triff ich den grad nicht. Was soll das? Hallo? Geh doch. So. Gut, bringt ihn in den Turm zurück. Dann werden wir etwas ganz Hübsches schminken. Allerdings lässt sich dieser Schmelzofen nicht so ever transportieren. Ihr müsst einen geeigneten Weg finden. Wird sie mich jetzt hier gerade nerven, oder wat? Geeigneten Weg finden. Hallo, da ist doch... So. Mann, 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 Mann. Na gut. In diesen Ebeln werden die Öfen da unten gesteuert. Ah. Ich habe mir noch ein bisschen Nachschub, glaube ich. Ich habe mir die Zwerge da vorne platt. Ich hoffe, ich habe noch ein paar. Ja, Mensch, glaube ich noch. Ich hatte noch ein Stück. Mann. Das ist jetzt hier ein Lumpen. Super, kann ich mit euch da irgendwo rüber? Das hier nämlich kein Weg. Aber ich muss da nicht an den Blöden. Doch. Da hinten hängen sie irgendwo. Ich habe mir nicht für die Weg zurück, Leute. Was sagst du? Das ist richtig. Aber Dummy. Hallo. Hör das zu. Jetzt mal ohne Witz. Wer will das gerade nicht? Anvisieren, der Ding. Habe ich zu viel, oder was? Oder ich plus die paar. Da kommt dann, glaube ich, auch gleich die große. Das ist ein bisschen das Problem. Oh Gott. Ich leide etwas. Ja, genau. Stehe ich vor derselben Situation wie im letzten Part. Das war sehr nett. Das war jetzt wieder eine Aktion. Renn halt an mir vorbei, ne? Ich stehe mal einfach drauf, dass ich Mama Schnecke fertig machen muss. Weil ich sonst da nicht durchkomme. Das sind ja Aussichten. Wenn Mama Schnecke weg ist, dann hat sich das vielleicht auch mit den anderen erledigt. Gucken wir mal, wir haben hier mittlerweile ein paar Grüne. Ach Gott. Wie sieht es denn hier aus? Bringt mir das hier irgendwas? Eigentlich nicht. Vielleicht kann man ein bisschen verstärken. Leute. So geil, das. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das muss man sich gleichzeitig aufhört, nicht, dass sie den angreift. Ja. Das meinte ich. Okay. Dann hat sich das mit ihnen. Oh, wunderbar. Riesekleiner Fortschritt. Nichts mehr mit Schnecken nachkommen. Sehr praktisch. Warriors. Und jetzt geht's. Ciao. das ist natürlich jetzt ein bisschen doof da müssen wir die Feuerrieden Feuerrieden nehmen ich hoffe da gibt es ja hinten noch welche also dass ich da einen Schergenlast habe was passiert eigentlich ah ok ok das geht auch so gut ich muss bis gleich hier ein paar abspielen da haben wir auch noch mal was äh okay nee das ist den so war das mit dem Abstellen vor allen Dingen auch nicht gemein ich wollte eigentlich die nehmen die kommen hierher jawohl die hier in Roten das klappt nicht so viel verdammt ach das ist das blöde am liebsten werden wir halt wirklich erstmal noch ja das ist gut am liebsten werden wir tatsächlich noch erstmal in diesem Schergenloch natürlich rote rote was geht hier drin ach das haben wir gleich haben wir schon mal 2 plus gemacht und dann kann ich ja noch ein bisschen farben was natürlich sehr praktisch ist den habe ich übersehen das ist ein kleiner Farmingspot für rote das ist sehr gut machen wir noch mal einen kleinen Rundgang das waren jetzt nicht mehr allzu viele das macht nix das macht gar nix so 16 haben wir wieder drin jetzt haben wir 2 Objekte die da rüber müssen mal gucken dann gehen wir auch die anderen kommen mit mir dann gehen wir auch die anderen kommen mit mir gar nicht so schlimm scheiße ok machen wir sie nur einzeln sonst kommen wir über den Länder genau genau mal her das machen wir dann halt in dem großen jetzt nochmal im Prinzip brauche ich nicht mitgeben oh Quatsch so Jungs da kommt einer noch die anderen zu mir die anderen zu mir dass das jetzt auch gerade an sein muss ist natürlich Quatsch was soll denn da Leute einmal gut äh bringt bloß nix verdammt verdammt es fehlt einer mhm was macht denn ihr da eigentlich einmal in gut weicht eh was soll das so gut gut die feurigen vertragen das scheinbar sogar ja ja warum mach ich denn das wenn ihr durchrennen könnt ach gut ok ob wir dieses Ding jemals in unser Schloss bekommen werden das sehen wir denn im nächsten Part Leute für heute reicht's das ist ja wohl mehr als noch bis dann Leute